Moin Moin und Willkommen zurück zu... PokerWU! Heute mit dem Finale, oder eigentlich nicht alle Leute, die jetzt dieses Let's Play Shop verfolgt haben, wissen, dass es jetzt nicht das Finale ist. Nein, 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 es ist jetzt das Finale. Gut. Und... Ich will sagen einfach, was das Finale ist, aber ja. Du siehst den Boss. Du musst die einzige Aufgabe winzen. Du siehst den Boss. Und du siehst, es ist eine Person, die du da spielst, die haben eine Selle dort. Oh Gott. Ach, ich seh's. In unserer tollen Sofort-Wiederholung. Ich liebe dieses Feature, ja, überall alles. Oh, das find ich bestimmt ganz toll. Delegator ist scheiße. Wer hat Delegator? Was macht denn dein Lamus? War das gut? Ja. Das ich fand's war gut. Ja, dann nehm ich das. Sag, nimm nochmal... Mark Bernd! Ja, und nimm mal dieses tolle Ding da. Sansa? Nein, ja, rot. Gut. Das wird jetzt 20. Was sind jetzt für 20? Ich bin das Stärkste von... So. Wir haben eine... eine Basis hier, nämlich dieses grüne Teil da. Toll. Ich muss ja immer herausfinden, was welche Attacke überhaupt ist. Aber wir müssen auch nicht irgendwie noch was anderes aufpassen und retten, ne? Nur uns selbst. Ja. Das ist der... das Finale. Der End... Gegner. End. So, und wenn... Was hat das Blaue jetzt gewonnen? Eis. Achso, es ist einfach nur ne schöne Eisplatte zwischendurch. Ja. Und weil ich sonst nichts zu tun habe. Und das lustige ist, die kommen auch zu uns die Gegner, so. Oh, selten, guck mal, selten, guck mal. Ja. Schon gerade geht's noch mal so. Oh, ich hab schon krampf im Fuß. Oh, immer hier ist ein Temp, ey. Nein, es war kein krampf. Ich hab nur mal kurz gezuckt. So. Das ist jetzt nicht... Ich denke immer voll, dass du das da Kaleo, dass ich das bin. Ja. Aber... Und dann laufe ich irgendwo durchs Ding und dann... Aber dann... Das ist jetzt nicht das... Am Ende. Oh, immer mal so weiß. So, wo bin ich denn? Da bin ich. Ah, da ist ein Pfeil für mich, dass ich auch weiß, wo ich hin muss. Danke. Ja, kämpf mal. Ich lass mich alleine. Ja, macht nur. Halt kein Problem mit. So, hau's ruf, hau's ruf. Oh, jetzt weg, 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 weg. So, ich heil mich jetzt einfach so, ne? Und der Wirt. Und... Irgendwer hat, äh, den Besicht, aber du siehst ja oben in der Ecke... Eigentlich normalerweise, wenn du einen Enkel-Egner besiehst, ne? Ist das Ding ja abgelaufen, ne? Ja, normalerweise. Das ist ja schon normal. Ich hab'n Meisterball. Wow. So, wen kann ich denn jetzt mal an davon? Oh, ne? Schauen wir mal so ein bisschen hier so ne Schafraktorier... Ja, hol' sie dir doch! Ja, ich will erst mal locken. Ah, da ist ja noch mehr da vorne. Okay, jetzt hab' ich ein anderes betroffen. Egal. Deswegen, das ist ja... Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Deswegen, das ist ja... Du bist da unten. Ja, hab' ich jetzt auch gesehen, ja? Wenn das Doofe dabei ist, wie der Schneesturm, wenn man sie dann... Nee, also wie komm's denn da rauf? Irgendwie werd' ich die ganze Zeit nur abgeschossen. Ja, eingefroren. Ja. Ich hab' dich auch fertig... Achso, man kann sich auch beschreiben. Ja, klar. Ja, wer, wer, das muss man denn mal sagen. Oh, da ist schon wieder jemand weg gewesen. Ja. Blöder Hotels. Frigometri. Danke, ja, schießt nur mich ab, ihr blöden. Frigometris. Ich helf' dir. Ja, nur drei Stücke. Und wenn wir... im Brennpunkt aller drei steht, dann hat man's mitunter nicht ganz einfach. Nee, da hast du's recht. Da hast du's recht. Und weißt du nicht, wie geht mir jetzt einmal die nächste Höhle des Löwen? Aber man kann's auch machen. Kann auch die Antikombe nennen. Ja. Kann man machen? Muss man aber nicht. So, danke. Das ist jetzt das Fliege. Hm, jetzt kommt ne richtige. Toll, da kommen wieder Frigometris zu. Ahah. 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 Ah. Wo ist denn eigentlich das angesiedelt? Ist das in der Luft oder was? Ja. Ich muss ja wissen wo die Hitbox ist. Ja, ich bin noch ein bisschen... ...benommen. Meiner, 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 meiner... Nein, 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 nein... Meiner, 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 Madame, Boeing, 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 Boeing. Meiner, mein? Meins! 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 Und normalerweise ist das das Finale, und man sagt, yeah, Party! Yeah, gewonnen! Machst du heute Partey? Ja, ich mach heute Partey! Wir machen alle heute Partey! Haben heute wieder so'n, na, macht man's gut, irgendwie kann man mal einreißen. Meint du gar nicht! Jetzt brenn' ich auch noch, du schämlich, du blödes Ramot! Ja, das war'n schneller Teil, oder? Immer schön alles an mir vorbei, aber ich war ja auch immer voll vorbei an allem, also berechtigterweise auf dem Platz. Ne, also das wissen wir jetzt alles noch gar nicht, weil jetzt kommt ja noch das Endergebnis. Ja, du bist nur auf Platz, weil ich konnte das bloß passieren! Ja, weil es nur einen der Witter hat. Also. Ich dreh immer erst nach hinten auf. Ich weiß zwar noch nicht, was ich aufdrehe, ob es nun die Flasche ist, oder weiß ich nicht. So, und das war jetzt eigentlich das Finale, ne? Das Finale. Ist nicht. Entspannungskampf. Ja. Mach nur heute noch ein Ding! Ja, ich weiß nicht! Nein, 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 nein! Wir wollen das Let's Play wirklich lang durchziehen, ne? Wir wollen ja möglichst viel davon haben. Ja. Entspannungskampf. Das klingt dir sauer, gell? Ja. Da hab ich damals gesagt noch, ich schaff das denn alleine nicht. Weil anscheinend gibt's Aufgaben, die man nicht alleine machen kann. Und da hab ich zu ihm am Telefon gesagt, oooooooh! Ja. Das ist ja schade. Und deswegen wurde ich dazu benötigt, jetzt heute hier zu sitzen und zu spielen. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal beim Entspannungskampf. Das wird sehr entspannt. Ja, ich hoffe es. Freut euch noch? Nicht. Wir freuen euch. Bis dann. Und tschüss.